So liebe Freunde, wir sind wieder da und ich habe meinen kleinen Nisser, man sieht es am Goldstand, ein bisschen aufgepimpt, weil sonst wird es doch ein bisschen schwer. Oh, der ist aber wirklich schwer. Na komm. Das kann doch nicht sein, das gibt es doch gar nicht. Der ist wirklich, also ich habe, es ist grün, ich komme nach dem nicht hin und her. So. Weg da, okay, wir haben eigentlich ein bisschen einen Fehler gemacht. Na ja, man muss aber erstmal daraus lernen. So, einmal tunen. Mal ein bisschen investiert. Damit wir noch Barrennen grün haben. All diese japanischen Wagen zu sehen erfüllt mich mit Stolz und gleichzeitig mit Heimweh. Hoffentlich gibt es dieses Turnier der lokalen GTM-Szene etwas Auftrieb und ich habe eine Ausrede, ständig zu Besuch zu kommen. Ich liebe es, zu Treffen zu kommen und die fantastische Arbeit zu fotografieren, die die Leute in ihre Autos gesteckt haben. Ja. Es ist ja manchmal Wahnsinn, was für Summen der eine oder andere in die Wagen stecken. Oh, zu viel Verkehr. Ja, es wird etwas schwerer. Und jetzt geht gleich weiter. Oh, also. So. Oh, also. Oh, okay. Oh, okay. Ops. Und wir machen die Luftfahrt gleich hin daher. Und gleich vorbei an den Läuten. Und gleich vorbei. So, auch das Rennen haben wir. So, und wir haben keine... 6, 6, 8, wir sind bei... Oh, 10, fehlt uns noch. So, und man sieht, wir haben im Moment keine Dings mehr. Wir müssen leider Gold investieren. Können wir nichts machen. Das wollen wir nicht, sonst kriege ich den Wagen nämlich nicht. Oh, schon mit der Jäger. Jäger ist schlecht. Jäger ist nämlich schwer. Ja, 738 Esel. So, und dann habt ihr jetzt noch nicht mehr. Ich bin nicht mehr alle. Oh, nee. Oh, nee. Wir haben Vorsprung. Sehe ich. Ja, das ist gut. Und dann ist es gut. Und dann ist es gut. Vielen Dank. Oh, das war jetzt mal wirklich easy. Und 10. Ich sage es ungern, aber Gary und Ivy setzen einen Standard, den wir nicht gewachsen sind. Wir hatten in unseren Duellen bisher Glück. Du bist nicht bereit, es mit Gary in voller Stärke aufzunehmen. Danke. Und auch das haben wir. Ich habe einige zusätzliche Events als Training organisiert. Wir müssen besser werden als sie. Ich gebe mir Teile und dann habe ich auch kein Problem damit. Und nochmal 11. Schon wieder ein Messer. Oh, nein. Das war's. Das habe ich mir auch. So und nochmal jeder. Und dann müssen wir warten und dann sollte es auch schicken. Immer schon triftern, dabei nicht abgeschossen werden. Aber diese Jäger rennen hat sich wie die Pest. Ja, aber auch gewonnen. So und wir haben dann noch 5 Events. 1, 2, 3, 4, 5. Das soll den hauen. Und wir sehen uns dann. Bis dann. Und wir sehen uns dann wieder.